Wenn man sich das nochmal kurz anguckt, was irgendwie reden ist... Warte, ich muss runterfahren. Ich habe gesagt, ich kann... Konnichiwa! Konnichiwa! Uiyaseminasai! Ohayou gozaimasu! Ohayou gozaimasu! Hallo, ich bin Marie und ich bin Anja und wir sind... Ochte und Mutter. Das hier ist eine japanische Unterrichtsreihe und alle Materialien zu den Stunden findet ihr auf dieser Website oder unten mit dem Link. Und jetzt euch viel Spaß bei der Stunde! Oh, bei dir leuchtet es aber schön heute. Ja, ne? Weihnachtsbaum, Lichterkette, pinke Lampe. Übrigens ist der Weihnachtsbaum auch pink. Ja, pinke Lampe, verstanden. Ach, da ist der Weihnachtsbaum. Meiner fehlt. Sorry, ich habe pink Weihnachtsbaum. Meine Schülerin fand das heute auch sehr schön. Sie war, das sieht professioneller aus als früher. Ich weiß nicht, ob das professioneller ist. Das Kabel da um die Ecke gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Oh, ich hatte nichts. Ja, Verlängung, das Kabel unten drunter legen. Ja, ich weiß, aber ich war gerade eher damit überzeugt, beschäftigt, Dinge zu schreiben für den Unterricht. Okay, dann machen wir jetzt Unterricht. Na gut, wenn das so ist, dann machen wir jetzt außenweise mal Unterricht. Mhm. Ja, diese Leute, die Dinge wissen. Ich will nicht spoilern, aber nächstes Mal habt ihr übrigens... Was? Nix? Nächstes Mal wird gut. Wollt ihr jetzt was sagen oder nicht? Nächstes Mal wird gut. Was soll das jetzt heißen? Nächstes Mal müsst ihr dabei sein. Ja, nächstes Mal gibt es eine kleine Neujahrsüberraschung für den Unterricht und für alle, die Lust haben, am Unterricht noch mehr mitzumachen tatsächlich. Wird das Ganze auch ein bisschen interaktiver. Mal gucken. Wir probieren das aus. Vielleicht wird es lustig. Ich glaube schon. Vielleicht. So, auf jeden Fall willkommen zu unserer 13. Unterrichtsstunde. Was machen wir heute? Nicht super viel, denn heute geht es um nicht Weihnachten. Weihnachten war Silvester. Silvester und Begriffe wie Ashta, Kyo und Kino. Das mit dem OU und so sieht ein bisschen verwirrend aus, weil ich habe keinen Überstrich hier in dem Programm. Naja. Und Mama! Danke, Welt. Lügt mich viel ein. Ich habe noch meine Prime-File. Wow. Cool. Danke für den Prime-Sub, Mama. Ja, danke fürs Erinnern, Ratio. Aber vergiss nicht, im Unterricht so zu hören. So. Ashta? Ashta, Kyo und Kino. Okay, Ashta, Kyo und Kino. Genau, das sind unsere Themen zusätzlich zur Silvester heute. Beginnen. Oh ja, und Mochi. Es geht auch ein bisschen um Mochi. Mochi ist lecker. Ja, genau. Dafür habe ich dieses Bild gerade rausgesucht. Dafür, mehr nicht. Cool. So, unsere 13. Unterrichtsstunde beginnt jetzt mal nicht direkt mit, doch irgendwie schon mit neuen Wörtern. Nämlich mit denen, die du eben vorgelesen hast und was das ist und wie man das benutzt. Das sind Zeitangaben, die ich noch nicht überdeckt habe. Warte. Ich darf nicht immer so flüssig reden. Das ist voll nervig beim Schneiden. Okay. Genau. Knack. Ne, knack. Knack. Ja, kein guter Sound-Hintergrund hier. Ashta. Morgen. Genau, Ashta bedeutet morgen. Morgen. Ashta Ringo Okaimas. Morgen esse ich einen Apfel. Wäre so, wenn Kaimas Essen bedeuten würde. Verdammt, kaufe ich einen Apfel. Genau, okay. Ich war so drin in Apfel essen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe es auch erst geschrieben, dann habe ich es umgeschrieben, weil ich dachte, morgen esse ich einen Apfel. Was ist das für eine Information? Ich weiß, morgen kaufe ich einen Apfel. Ist jetzt nicht so viel besser, aber genau. Morgen kaufe ich Äpfel, könnte das auch heißen. Das ist ja nicht unbedingt nur einer. Wo sind die Äpfel? Morgen kaufe ich welche. So, warte, welche Farbe habe ich immer so genommen? Ich weiß es nicht mehr. Ah, doch, die. Perfekt. So, morgen kaufe ich Äpfel. Betragungsleistung hier. Ashta. Ja. Ramen Okaimas. Aha. Morgen esse ich Ramen. Genau, morgen esse ich Ramen. Genau. Können wir auch mal wieder machen. So, wer es jetzt wundert, weil es ja alles immer noch sowas ist wie Kaimas, Tabemas, das ist jetzt ja immer noch die grundlegende Verbform von dieser höflichen Form, die wir gelernt haben. Das Ganze kann man halt auch für Zugriff benutzen. Also, wenn du etwas erst später machst, kannst du das auch benutzen. Für Vergangenheit haben wir ja sowas wie Mashta. Das kommt auch noch. Jetzt haben wir erst mal als nächsten Begriff. Heute sind wir wieder in der Gegenwart zurück. Und jetzt, was machen wir denn heute? Hanako-san wa kyo nani wo shimasu ka? Hanako? Mhm. Heute shimasu. Macht? Heute macht? Genau, machen. Doch. Ka? Ah, ah, was macht Hanako heute? Genau. Oder was machst du heute, Hanako? Könnte das auch heißen. Weil die sich ja auch oft mit Namen gegenseitig ansprechen. Entweder könnte es heißen, ne, du hast gerade über sie gequatscht, was macht denn Hanako-san heute? Oder Hanako, was machst du denn heute? Mhm. Genau. Nochmal als Info, das hier war ja heute und nani ist was? Shimasu ka bedeutet, äh, so shimasu an sich ist machen und ka ist dann das Fragezeichen. Warum habe ich einen fetten, pinken Stift? Ich weiß nicht. Hier ist das. Lila. Oh, ja, das ist Lila. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, wenn ihr panisch anfängt, fährt mein Gehirn so ein bisschen runter. Ich weiß nicht. Okay. Also, fahren wir einfach mal so. Hanako. Was machst du denn heute? Klingt ein bisschen, als hättet ihr vorher drüber gequatscht, was ich heute mache, was der Jini selber macht. So, kyo, tegami, tegami o kakimasu. Mhm, tegami. Warte, tegami war, warte, kakimasu war schreiben? Nee. Schreiben oder malen. Genau. Und tegami ist ein, ist das Magazin oder sowas? Brief. Oh, verdammt. Heute schreibe ich einen Brief. Genau. Oder heute schreibe ich Briefe. Wer weiß, ne? Mhm. So. Heute schreibe ich Brief. So. Sehr schön. Weiter geht's mit nicht heute, nicht morgen, sondern gestern. Kino. Mit einem langen U. Shosetsu wo Yomimashita. Mhm. Gestern. Mhm. Was war Shosetsu? Mhm. Vielleicht finden wir es raus, wenn wir rausfinden, was Yomimashita bedeutet. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Mhm. Yomimasu. Dafür brauchst du deine Augen. Zehn. Passt. Wenn du Buchstaben siehst, was ist das? Ja, genau. Lesen. Yomimashita ist dann? Ja, Vergangenheit. Gelesen. Ja, oder so. Aber Shosetsu? Etwas, das man lesen kann. Und das du vielleicht auf Japanisch sagen kannst. So leid auch nicht. Ist das kein Buch? Na, doch schon irgendwie. Das ist ein Roman. Ah. Ah. Genau. Okay. Mhm. Gestern habe ich einen Roman gelesen. Genau. Genau. Inu Shosetsu o Yomimashita. Ich habe schon lange nichts mehr richtig gelesen. Ich versuche es manchmal und dann breche ich doch wieder ab. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe es eingesehen. Ja, genau. Ich noch nicht. Okay. Letzter Satz. Ah, warte mal. Aber Oni-san ist eher sowas wie, sowas wie Dämon. Eine freundliche Bezeichnung für Dämon, würde ich jetzt mal sagen. Also wirklich Oni-san. Langes I. Oni-san. Okay. Bruder. Großer Bruder. Genau. Gestern Zugehörigkeit zu großer Bruder Kudamono. Mhm. Genau. Kudamono. Nee. Nee. Okay. Kudamono bedeutet Obst. Gestern habe ich das Obst von meinem großen Bruder gegessen. Genau. Ja. Schön. Das ist aber ein kleines. Frechdachs. Warte, was du machst? Ja, ich wollte Frechdachs sagen. Passt auch voll zu dir, ne? Frechdachs. Du, Frechdachs. Das war aber nicht nett von dir. Ich glaube, sowas hast du noch nie zu mir gesagt. Ähm. Genau. Gestern habe ich das Obst. Vor allem das Obst statt Süßigkeit und nein. Obst. Ich habe das Obst von meinem großen Bruder gegessen. Weil große Brüder Obst besitzen. Ähm. Ja, vielleicht war es kandierter Apfel. Das ist realistischer. Oder so vom Weihnachtsmarkt Bananen in Schokolade. Schokoretto. Das würde ich dem auch wegessen. Hm. Bin ich dabei. Irgendwann werde ich nochmal Maronen essen. Ich habe es immer noch im Kopf. War so traurig, dass es die nicht gab am Weihnachtsmarkt. Hm. Naja. Der war so schlecht besucht, die haben es schon abgebaut gehabt. Ja. Der einzige Bruder. Die haben nach Hause gefahren mit ihren Maronen. Es gibt irgendwie so vier oder fünf Schmeißkuchenstelle bei Maronen abgebaut. So traurig. Naja. So. Jetzt lernen wir noch ein paar neue Wärter. Äh, Wärter. Wir lernen neue Wärter kennen. Genau. Nämlich einmal. Ne, nicht neue. Das sind auch einige Wiederholungen. Nämlich Familie zum Beispiel. Ist eine Wiederholung von letzter Stunde. Ist neu. Ist ganz neu. Okay, ist ganz neu. Habe ich mich vertan. Was bedeutet das denn? Hättest du so eine Idee vielleicht? Ja, Menschen, die zusammen leben. Ja, genau. Das stimmt. Das stimmt. Also. An jede WG da draußen. Ihr seid eine Familie. Ka-Go-Ku? Hm. Nicht Go. Ka- Ist ja riesig. Do-Ku? Ka. Das ist ein So mit einem. Ja. Das dran. Wird So. Ja. Das weiß ich. Aber was es dann wird, weiß ich nicht. Ka-Zoku. Ach so, ja. Es wird zu einem Z wird das. Du musst immer bedenken, dass es ja immer, also wir müssen das nochmal üben, glaube ich. Dass das Ganze ja immer sehr ähnlich ist. Also ich meine ein S und ein G klingen schon recht unterschiedlich, oder? Und ein S und ein Z klingen jetzt nicht so unterschiedlich. Nein. Findest du nicht? Also im Japanischen ist das S ja S und das Z ist ja Z sozusagen. M-m. Z und Z. Egal. Wir machen das nochmal an der richtigen Übersicht. Ich glaube bald. Neues, ja. Neues Glück. Ne? Naja. Ka-Zoku. Das bedeutet Familie. Okay. O-Ka-Shi. Oh, das O, was ich immer denke, dass es ein A ist. Dann das K. Oh, hast du ja. Entschuldigung. Oh, da ist ja gar nichts. Ich hatte ja nicht so viel Zeit. Ich wüsste, wie man es schreibt. Echt? Cool. Ja. Diesen Ringel, diesen. Nächste Stunde kannst du es vielleicht sogar draufschreiben während des Unterrichts. Und das K war, glaube ich, das, oder? Ja, warte. Machen wir das einfach einmal. Ganz mit Absicht. Oh, ich will das auswählen. So. Ganz mit Absicht ist das jetzt hier leer. Also, O-Ka-Shi. Erstmal machen wir ein O. So. O. Mhm. Ein K. Mhm. Und ein Si. Ja. Entschuldigung, dass es ein bisschen so aussieht. Tatsächlich liegt das an diesem Miro-Board, aber auch an meiner sehr schlechten Schrift, muss man dazu sagen. Beides. Nicht so gut. Technik und Fertigkeit und... Ja, ja, das komplimentiert sich nicht sehr gut. Okay. So. Als nächstes haben wir Gemüse. Ja. Ja-Sai. Ja-Sai. Genau. Ja-Sai. Ja-Sai. Bedeutet Gemüse. Wir hatten vorhin Kudamono, das war Obst. Ne? Ja-Sai. Kudamono. Kudamono. Voll das lange Wort für Kackobst. Kudamono. Kudah? Kudah. Kudah. Echt D? D? Kudamono. Mhm. Kudamono. Und Ja-Sai ist Gemüse. Genau. Hätte ich jetzt andersrum gemacht, ne? Und dann haben wir Sohn. Und Sohn bedeutet Musko. Musaka. Ja, so ähnlich, ne? Musko. Das ist so. Musko. Musko. Genau. Musko, Okashi, Kazoko. Musko und Yasai. Und Yasai. Ich kann mal wegmachen. So, dann noch zwei neue, nämlich einmal gehen. Irgendwo hingehen zum Beispiel kann man das da benutzen. Das ist dann Ikimasu. Ikimasu ist auch eher so, es ist wie hingehen. Irgendwo in Richtung, du hast Ziel. Das ist dann Ikimasu. Was war Spazieren? Sampo. Sampo. Genau. Und einen Spaziergang machen ist dann Sampo wo shimasu. Einen Spaziergang machen. Genau. Und als letztes der Glücksbringer. Ein Glücksbringer, nämlich Oma Mori. Aber es wird gleich nochmal vorkommen, musst du die nicht so direkt merken. Vielleicht erkennt du es ja. Oma Mori. Oma Mori. Roboter. Genau. Also wir hatten Kazoku, Okashi, Yasai, Musko, Ikimasu und Oma Mori. Und naja, Kudamono, ne? Genau. Okay. Und jetzt, ich hatte vorhin nicht so viel Zeit, deswegen steht ja nur das hier. Aber, ich muss was trinken. Ja, du quietschst schon. Das ist mein Stuhl. Jetzt quietschst du nicht mehr, oder was? Das ist mein Stuhl für falsch. Immer so. Joi, Otoshi, oh. Ja. Nämlich, wir haben... Hi, do you lock drawing in mir, oh. Hi. Wir haben ja bald Neujahr. Und zu Neujahr sagt man ja, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr oder froh ist neues Jahr. Sowas in die Richtung, ne? Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sagt man das Ganze denn auf Japanisch? Vielleicht könnt ihr das dann auch leuten sagen. Und das ist schon das gleiche. Genau. Also, das erste, was wir uns angucken ist, yoi otoshio. Das sagt man zum Beispiel am 31., wenn ihr noch jemanden seht. Und das ist sowas wie, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr oder ein schönes, ja, ein schönes nächstes Jahr. Wenn man sich das nochmal kurz anguckt, so, was irgendwie reden ist. Warte. Ich muss runterfahren. Ich bin wie zu Blackout zwischendurch gefühlt. Ich weiß nicht. Okay. Yoi bedeutet sowas wie gut. Und Toshi ist ja. Und das O macht das Ganze noch ein bisschen höflicher. Also kann man sagen, das Ganze hier bedeutet ja. Gutes ja, ausrufezeichen. Könnte man also sagen, dass das bedeutet. Ich wünsche dir gutes ja. Ja, so, das sagt man dann vor dem 1.1. des nächsten Jahres. Das, was da drüber steht. Akemashite omedetou. Erstmal durchstreichen. Das bedeutet quasi, ähm, frohes neues Jahr. Das ist so an dem Tag dann, wo das neue Jahr angefangen hat. Da sagst du dann, akemashite omedetou. Genau. Und das schreibt man auch bei denen auf die Neujahrspost. Denn die wird erst am 1.1. dann auch ausgeliefert. Also kommt dann vor allem auch erst an. Das ist ganz interessant. Die haben sogar so ein Kürzel. Das können die auf ihre Post draufschreiben. Damit die Post es wirklich erst am 1.1. zustellt. Und wenn es nicht vorher ankommt. Finde ich irgendwie cool. Ja, ne? Mhm. Das ist halt so ein richtig großes Ding mit der Neujahrspost da auch. Also das ist wirklich, das ist nicht nur sowas wie eine Tradition. Das ist schon fast eine Pflicht. Du schickst wirklich gefühlt jeden eine Postkarte. Und das kann dann, keine Ahnung, Familie sein, Freunde sein. Es kann aber auch geschäftlich sein. Wenn du eine Firma hast, hast du viel zu tun, glaube ich. Die ganzen Geschäftspartner kriegen Karten. Das ist ein Riesengeschäft da. Du weißt nicht, was morgen ist. Weißt du, was morgen ist? Karten schreiben? Nein. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt morgen ein japanisches Karten schreiben. Nein, ich habe morgen meine japanische Schülerin, die ja mit mir Deutsch lernt. Und die ist ja noch ein bisschen kleiner. Und die schreibt immer Briefe an den Opa. Und die Opa kann auch ein bisschen Deutsch. Wie süß. Und dann schreibt sie immer einen Brief auf Deutsch. Und bestimmt hat sie wieder einen geschrieben. Wie niedlich. Wie stimmt. Die muss ich damit dir angucken. Ja. Bestimmt noch frohes neues Jahr gemacht. Das ist ja süß. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall schon fast eine Pflicht, könnte man sagen. Und deswegen, sowas kann man dann draufschreiben. Also das ist das, was ihr auf eure Post schreiben würdet. Habt sogar mal sowas geschrieben. Nicht abgeschickt, aber war lustig. Sogar mit so einem Pinselchen. Naja. Okay. Wie ist das, wenn ich jetzt den beiden morgen ein nächstes frohes neues Jahr und so wünschen möchte? Dann würdest du sagen, joi otosio. Weil das ist ja... Auch wenn ich beide meine und nur einer da ist. Also Deutsch würde ich ja sagen, ich wünsche euch ein guten Rutsch. Neuer Jahr. Ja, diese ganzen Formen gibt es ja gar nicht so richtig. Ja, also das ist... Du könntest so tatsächlich sowas hinschreiben, sowas wie... Dass mehrere Leute gemeint sind, aber das brauchst du nicht. Das kannst du ruhig so lassen. Kurz und knapp. Joi otosio. Aber dann weiß sie nicht, dass ich auch ihre Mama meine. Hm. Dann könntest du dahinter sagen... Hm. Haha ni mo. Warte. Haha ni mo. Joi otosio. Oder anata no hahani mo. Joi otosio. Also, haha ist ja Mutter. Ni bedeutet, dass es an die Mutter geht. Das, was du jetzt gleich sagst. Und mo ist auch. Also auch an deine Mama. Oder an deine Mutter eher. Frohes Neues. Oder ich wünsche dir einen guten Rutsch. So würde das quasi dann bedeuten. So würde das bedeuten. Genau. Ja. Sag mal, kommt es joi von joi? Nee, ich glaube, es kommt eher von joi. Von ii. Gut bedeutet das. Mhm. Haha ni mo yoi otosio. Genau. Deiner Mutter wünsche ich auch ein hohes neues Jahr. Sowas. Okay. Die sind total süß. Die freuen sich immer, wenn ich irgendwas auf Japanisch sagen kann. Na. Dann sagen die immer, oh, das wird schon viel besser. Du kannst schon viel besser Japanisch. Schlicht nicht so, ja. Oh, wie süß. Das ist nett. Lieb, dass ihr das sagt. Aber das klingt niedlich. Ja. Das ist die, wo ich mal vertreten habe, oder? Mhm. Oh, die ist so süß. Die ist total süß, ne? Ja. Ich finde, die ist auch gar nicht so, irgendwie ist sie japanisch, aber nicht so, wie man sich Japaner vorstellt. Die ist so, wie es klingt. Ja, nein, die ist so total nah. Direkt. Ja, das stimmt. Und auch direkt und straight. Und witzig und auch auf Kosten ihrer Mutter. Sie ist auch sarkastisch. Richtig, ja, die ist cool. Und das als kleines Mädchen. Und das finde ich schon toll. Ja. Müssen wir mal besuchen. Könnte lustig sein. Die leben übrigens nicht da, wo ich gesagt habe, dass sie da leben. Doch nicht. Jetzt nicht sagen. Können wir mal drüber quatschen. Aber naja, vielleicht sieht man sich ja mal. Wäre auf jeden Fall cool. Coole Leute. Okay. So, apropos Neujahrsgrüße. Wir gucken jetzt einen kleinen Dialog an. Du sagst solche Dinge. Ich muss dir das sagen, ja. Ich habe ihr erzählt, dass wir irgendwann mal nach Japan reisen wollen. Echt? Du und ich. Und sie hat gesagt, hat mir dann erklärt, warum man nicht bei ihr schlafen kann. Das war total niedlich. Aber bei uns geht nicht. Nein. Weil, also sie wollte eigentlich damit zum Ausdruck bringen, wie gerne sie uns das anbieten würde und warum das nicht geht. Total niedlich. Das ist echt süß. Mhm. Ach ja. Vielleicht kann man sie aber nochmal außerhalb des Gebäudes besuchen. Das ist sehr seltsam. Hallo. Am Balkon unten ist der Hai. Ach ja. Okay. Also, apropos Neujahrsgrüße. Magst du mal vorlesen, was hier steht auf Deutsch? Nee. Nee, magst du nicht? Okay, denn nicht. Morgen ist der erste Tag vom neuen Jahr. Oshogatsu? Mhm. Oshogatsu. Hanako geht gerade mit ihrem Hund Ayaka. Mhm. Ach so, ja. Ja, so heißt der Hund. Als sie Tanaka trifft. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, dass ich das so in Klammern geschrieben habe. Aber, also ihr Hund heißt Ayaka. Und Oshogatsu ist quasi der erste Januar. Also der allererste Tag. Das ist quasi auch ein Fest. Mhm. Da geht man auch zum Schreien und solche Dinge. Naja, schauen wir uns das mal an. Ah, genau. Das habe ich kurz verwirrt. Ich habe erst, nachdem ich es nachgemasche, verstanden, was es heißt. Ich sage ja, da ist eine Verzögerung in meinem Gehirn gerade. Äh. Ja. Okay. So, was steht denn hier? Was könnte das heißen? Ah, Tanaka-san. Konnichiwa. Genau, das heißt das. Ah, Tanaka. Ah. Hallo, Tanaka. So was, ja genau. Ja. Oh, au. Du kannst ja panisch machen. Du kannst kein Deutsch. Ja. Komm, kein großes Haar. Pssch. Hä? Wo ist denn dein Haar? Ach so. Okay, okay. Weiter geht's mit Tanaka. Ja, das kann ich auch vorlesen, ne? Ich bin Tanaka. Konni. Sorry. Konnichiwa. 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 Ogenki desu ka. Was bedeutet das? Hallo, wie geht es dir? Ja. Hallo. Wie geht es dir? Frage zu ihm. Mhm. Genau. Oder eher sowas. Geht's dir gut? Kann es auch schon heißen. Aber egal. Wie geht's dir? Genau. Man sagt, hä? Hi, Anata, Mo, Deska? Hä? Ich so, hä? Hä? Ich hab da was vergessen. Aber Tim, wir denken jetzt einfach mal, warte, ich hab ne Lösung. Mhm. Wieso? Sie schämt, das wieder einzublenden. Du kannst ja viel besser arbeiten, wenn du es einblendest. Und ich weiß, dass das steht. So. Okay. 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 Das steht jetzt nämlich. Hi. Genki desu. Anata. Anata. Mo. Genki desu. Ja. Oh. So. Ja. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja. Schön. Aha. Genau. Mir geht's gut. Wie geht es dir? Mhm. Vielleicht wird so kompliziert. Einen Miro. Was? Ach, hier hast du es. Ich vergesse immer, dass es da existiert und dann ist das so die halbe Folge lang da unten. Hi. Na? Siehst du mich? Voll unauffällig. Okay. Mhm. So. Weiter geht's mit Tanaka. Der sagt, hi. Watashi mo nani o shimasu ka? Was machst du? Genau. Also, erst mal hi. Ja. Also, ja. Mir geht's auch gut. Watashi mo heißt, mir geht's auch gut? Also, Watashi mo ist ja ich auch. Ach so. Genau. Und das kann, in dem Kontext bedeutet dann quasi, ja, mir geht's auch gut. Du würdest, wie geht's dir? Und dann würdest du sagen, ja, auch gut. Das ist so undeutsch, oder? Ja, ich auch. Ja, genau, genau. Das ist das Komische. Aber man würde vielleicht sowas sagen wie, ja, auch gut. Würde ich jetzt mal so behaupten. So ein deutscher. Hi, Watashi mo. Ja, auch gut. Und dann nani o shimasu ka, wie du schon gesagt hast. Was machst du? Das ist ein bisschen gruselig. Ja, mir geht's auch gut. Was machst du? Was machst du so? Stimmt. Das ist nicht so gruselig. Danke. Dann gruselst du meine Sachen. So, langer Text von Hanako. Ich mache einen Spaziergang. Ein Spaziergang mit wem? Keim sucht. W-w-w-w-w-witz. Oh, ja, das ist egal. Aber guckt jetzt mal das hier. Ayaka. Genau. Der Hund. Genau. Und mit wem macht sie jetzt also einen Spaziergang? Mit dem Hund. Genau. Das hast du aber nicht gesagt. Das hast du aber gesagt. Nee. Ich mache einen Spaziergang. Mit dem Hund. Ja. Ja, das kann man sagen. Ich mache einen Spaziergang mit Ayaka. Mhm. Ich bin der Meinung. Ich habe gesagt mit dem Hund. Kann ich ja später anhören. Ja, kannst du. Ich würde mir entschuldigen und niederkriegen. Genau. Ayaka-to-san-po-o-shimasu. Ich mache einen Spaziergang. Zweifelig. Atode-mochi-kaimasu. Wahrscheinlich heißt das, ich möchte Mochi kaufen, aber du hast dich verschrieben. Ja, ich weiß. Kaimasu-zu. Kaimasu-zu. Ah, morgen? Warte, warte. Atode ist nicht morgen. Es ist nur ein bisschen... Außerdem? Später, danach. Ja, genau. So ein bisschen später. Atode, danach. Okay. Okay. Danach kaufe ich Mochi. Genau. Danach kaufe ich Mochi. Joa, Omi-so-ka, des-ka-da, keine Ahnung. Omi-so-ka. Das ist sowas wie die Bezeichnung für Silvester, könnte man sagen. Weil heute ist der 31. quasi. Letzter Tag des Jahres ist an dem Tag ja gerade. Wir haben gerade den letzten Tag des Jahres. Ja, genau. Der erste Tag des Jahres ist Oshogatsu und der letzte Tag des Jahres ist dann Omi-so-ka. Okay. Okay. Und Kara kennst du tatsächlich noch gar nicht. Mhm. Kara bedeutet sowas wie Weil. Aber noch ganz viele andere Sachen. Also werden wir noch öfter sehen. In anderen Formen auch. Ah, okay. Also deswegen, danach kaufe ich Mochi, weil heute der letzte Tag vom Jahr ist. Genau, weil heute ist Silvester, können wir sagen. Danach kaufe ich Mochi, weil heute ist ja Silvester. Sowas könnte man sagen. Ist ja... Ich dachte, das ist doch kein Grund einkaufen zu gehen, oder? Die haben doch am nächsten Tag trotzdem Offen im Jahr fahren. Ich glaube... Das habe ich gedacht. Aber wahrscheinlich möchte er den Mochi an Silvester essen. Das auch. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob die sogar jetzt... Also ich meine, ich habe das geschrieben, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob die am 31. offen haben. Ich glaube, die haben sogar teilweise am 1. nicht offen. Manche Geldautomaten haben da sogar sozusagen zu. Also funktionieren nicht an diesen Tagen. Ist halt ein bisschen bei denen ein bisschen krasser als bei uns. Ist ein bisschen wie Weihnachten. Auch so mit der Familie und so. Ja, ja, ja. Ich habe gehört, dass die Silvester viel mehr mit ihren Partnern feiern. So ein Liebespaar feiern. Das ist ja interessant. Ich habe genau das Gegenteil gehört. Dass man das eher so ein bisschen Weihnachten-mäßig... Äh, ja doch ein bisschen halt mehr mit der Familie. Und Weihnachten ist halt eher so mit dem Partner. Und eher so zu zweit und weniger mit der Familie. Stimmt. Oh, also das meintest du. Habe ich gerade verwechselt. Okay. Vielleicht hast du es ja von mir gehört. Das habe ich dir letzte Woche erzählt. Nee, ich habe es verwechselt. Hm, okay. Nicht von dir. Hallo. Ich schaue mir auch Sachen an. Du vergisst aber meine. Dann schau uns doch unsere Sachen an. Internet, dann vergisst du sie nicht. Du bist mit auf jeden Fall jetzt keine Quellenangabe. Kann ich verstehen. Obwohl ich diese Sachen sogar ein bisschen nachrecherchiere. Also, ich mache das jetzt nicht nur aus dem Kopf heraus tatsächlich. Stimmt, hat sie gerade sogar gesagt. Ja, ich will halt ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Und wenn ich das Ganze editiere, dann gucke ich manche Sachen auch nochmal nach. Weißt du? So. Ja, du weißt. Du weißt. So, okay. Haben wir das geklärt. Ah, soですね. Mhm. So ist das. Ja. Ahita muskoto hatumode? Hatsumode oshimasu. Hatsumode. Hatsumode oshimasu. Genau. Hatsumode ist quasi das erste Mal. Ja, genau. Machen. Das erste Mal so ein Schrein besuchen. Also, das ist so eine Tradition, dass du dann... Aber ich verstehe den ganzen Satz nicht. Ashta muskoto hatumode. Okay, Ashta. Was bedeutet Ashta? Danach? Morgen? Morgen. Genau. Morgen. Musko war was? Es kommen heute neue, deswegen. Sohn. To ist mit. Hä? Ne. Oh, da fehlt ein U. Ja, siehst du? Äh, ne, ja. Ne, wirklich, ich habe das nicht als das erkannt, weil das da fehlte. Ist wirklich so. Das hätte ich gesagt, habe ich schon mal gesehen, aber das Wort kannte ich nicht. Das wusste ich. Das ist alles so fehlend. Was ist los? Heute auch tatsächlich eine Wiederholstunde. Eine spontane. Ja, alles sehr spontan. Ashta, total spontan. Einmal die Woche hier, spontan. Spontan, um dieselbe Uhrzeit wie sonst. Morgen, Sohn mit. Mhm. Und dann hat Sumo Oshimas etwas zu machen. Was sie machen, ist quasi so, wir sagen einfach mal den ersten Schreinbesuch. Also was macht Tanaka morgen mit seinem Sohn? Einen Schrein besuchen. Genau, also morgen, kannst du mit anfangen? Morgen besuche ich eine Schrein mit meinem Sohn. Genau, morgen besuche ich... Und? Genau, und ist dann Soshte. Genau. Kenji war Omamori. Warte, Omamori war das letzte, was wir gelernt hatten. Was war das? Genau, das war Glücksbringer. Und Kenji kauft einen Glücksbringer? Genau. Morgen besuche ich den Schrein mit meinem Sohn und er kauft einen Glücksbringer, könnte man sagen. Achso, sein Sohn heißt Kenji. Genau. Den hatten wir dann. Ich dachte, das wäre jetzt einfach noch eine weitere Person. Nee, nee, das ist sein kleiner Sohn. Genau. Also morgen besuche ich den Schrein mit meinem Sohn. Und er, sagen wir einfach mal, er kauft sich einen Glücksbringer. Denn, jetzt nochmal zu diesem Schrein besuchen, kurzer Exkurs. Das findet meistens am 1. Januar statt. Manchmal, wenn man es sich schafft, auch am 2. Dass man da hingeht und quasi mal kurz betet für ein schönes neues Jahr. So 50 Cent, äh 50 Yen da rein tut und sowas. Ähm, und da drumherum gibt es auch so ganz viele Stände, wo man zum Beispiel Glücksbringer oder ein bisschen Alkohol ein bisschen kaufen kann und solche Sachen. Und ja, Glücksbringer gibt es da halt auch. Oma Mori. Nicht mal Alkohol. Mamori Mas bedeutet übrigens beschützen. Also Oma Mori, ein Glücksbringer, ist eigentlich etwas, das einen halt beschützen soll. Hat einen Glücksbringer, ne? Ja. Genau. Das möchte der wohl kaufen. Ja, genau, diese Glückskatze. Anatamo Ashta Ikimasaka. Genau. Das ist auch eine Frage. Mhm. Auch, besuchst du auch einen Schrein? Ja, genau, sozusagen. Ikimas war ja so eine Art von Bewegung. Gehen. Gehen wollte ich sagen. Was? Nichts. Sehen? Bewegung. Achso. Genau, also gehst du morgen auch zu einem, könnte man sagen. Ich gehe mit dem Augen, ja. Genau. Gehst du morgen auch zu einem. Tatsächlich haben diese... Ich möchte die Maske. Mhm. Tatsächlich haben diese Schreine sogar wirklich geschlossen bis um Mitternacht. Und ab Mitternacht kann man dann erst zu diesem Schrein. Also quasi ab 0 Uhr des neuen Jahres kann man dann da hingehen. Dann gibt es da manchmal sogar eine Schlange, wenn manche noch um Mitternacht quasi da hin wollen. Und da kann man eine Glocke läuten manchmal, ne? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt so eine Reinschöre. Die hat gesagt, da wo sie immer hingehen, da läuten sie immer eine Glocke. Und als sie ganz klein war, die Glocke ist so schwer, dass sie die nicht läuten konnte. Also hat der Vater sie hochgehoben und die Mutter hat noch gesagt, nein, nein. Und sie hat den Glockenbammel gegriffen und der Vater hat sie hin und her geschleudert. Damit sie auch mal die Glocke schlagen kann. Und der Mutter war das sehr unangenehm. Bum, 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 bum. Schön. Nee, sie hat trotzdem nur zwei, dreimal getroffen. Hast du? Bum. Das finde ich immer gut. Ich gehe lange an der Glocke. Wie süß. Aber ja, genau, das gibt es da auch daneben. Es gibt aber so eine reine Folge von Sachen, die man macht. Und dann ist ja alles auch so eine Glocke. Direkt daneben, neben diesem Becken, wo man diese Münze reinwirft. Ja. Müssen wir auch mal machen, du. Generell. Ich halte dich da auch dran. Leute, mit dir die Glocke. Ich latze dann hoch auf YouTube, falls jemand sehen möchte. Danke. Irgendein Japaner da das Handy sagt, wir mal. Ich muss mir noch beibringen, dass das heißt. Okay. Mach ich. Nee, mach ich nicht. Bring mir selber ein Vibe. Oh Mann, auf Feier auf. Wer weiß. Ich glaube, ich bin groß genug, hoffentlich. Ja, ja. So, weiter geht's mit Hanako. Hi. Hi, Watashi mo. Ashta Kazuku. Oh, no. Ikimasu. Ja. Ah. Ich kenne mal die Wörter nicht flüssig, ja. Ich kenne mal die Wörter nicht flüssig. Oba-san. Oh, mochi o tabo mas. Ashta. Das neu. Ishsoni. 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 Amasake. Das habe ich nicht erwartet. Sake. Amasake. 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 Oh, kaimasu. Also, isst Honig und Amasake. Genau. Oh, ashta Kazuku to ikimasu. Also, ja. Ja. Ich auch. Morgen. Genau. Schreien. Nee. Kazuku ist Familie und ikimasu ist... Oh, warte. Ikimasu war nicht schreien, sondern gehen. Genau. Also, besuchen wahrscheinlich. Ich besuche morgen meine Familie. Nee, es ging jetzt immer noch so, hey, gehst du morgen auch zu einem Schreien und so? Und jetzt, ja. Ich gehe auch mit... Ah. Ich weiß es schon. Okay, okay. Dann sag das doch mit meiner Familie. Du musst gerade ein Bäuerchen machen, aber das wollte ich nicht so laut machen, dass jeder hört. Entschuldige bitte. Ja, solltest du dich auch für entschuldigen. Ja. Dass du dich nicht lautstark rülpst. Niemals hellen. Ja, ich gehe morgen auch mit meiner Familie. Wir haben heute irgendwie blödel Wasser getrunken. Ja. Kyo war Obasan. Mhm. Heute. Ist ja Kyo, ne? Obasan war Papa, oder? Nee, das heißt Oma. Nah dran. Heute... Oh, das finde ich nicht... Sorry. Heute habe ich mit Oma Moschee gegessen. Heute esse ich mit Oma Moschee. Genau. Das will sie ja noch kaufen gleich. Mhm. Man sollte nicht mit Oma Moschee essen. Ja, das stimmt. Ich wollte sagen... Du wolltest was ganz Schlaues sagen, mir ist das Wort nicht eingefallen. Warte. Warte, ich muss es suchen. Suche. Ich wollte das schlaue Wort für Schluckbeschwerden benutzen. So aus dem Altersheim und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Das geht nicht in meinen Kopf. Wie das nette Wort für füttern, anreichen. Nee. Oh. Ich wollte schon, dass man nicht schlucken kann. Nicht schlucken. Ja. Da gab es ein cooles Wort. Aspiration. Keine Ahnung. Aufgrund der Aspirationsgefahr sollte man Oma das Essen nicht anreichen. Es recht kann man gehen. Dysphagie? Nein. Versteht ja. Schluckstöre. Ja. Aber aspirieren heißt doch verschlucken, oder nicht? Ich gucke mal, was aspirieren bedeutet, aber ich glaube, es heißt was anderes. Es heißt, sich um etwas bewerben. Eine Behauchung aussprechen. Ich spreche eine Behauchung aus. Was soll das denn sein? Das ist so seltsam. Aspirieren ist was anderes. Wie schreibst du denn Aspirieren? Anders steht, warte. Unter Medizin steht, das Ansaugen von Gasen oder Flüssigkeiten, wie zum Beispiel die Entnahme von Gelenkflüssigkeit mit einer Injektionsspritze. Ja, warte, warte. Und das Aspirieren bezeichnet... Auf dieser Art und Weise sollte man nämlich eigentlich impfen, dann hat man nicht solche Impfschmerzen. Nein, dann hat man mehr Impfschmerzen, aber es ist gesünder. Ja, was? Hier steht auch, die Aspiration bedeutet das Eindringen von Flüssigkeiten oder festen Stoffen in die Atemwege während der Einatmung. Also wahrscheinlich bedeutet das, wenn du einatmest und dabei Essen einatmest. Genau. Und Oma ist, die atmen immer unkontrolliert. Den sollte man kein Mochi in den Mund stecken. Nee, die sterben dann vielleicht. Ja. Es ist tatsächlich so, dass jedes Jahr... Oder vorgekaut. Lecker. Das vorgekaut ist Mochi. Mochi, Mochi. Ich dachte, du wolltest Mochi-Moschi sagen. Mochi, Mochi. Jedes Jahr sterben ein paar Leute an Mochi, aber es ist ein schöner Tod. Okay. Vielleicht. Ich bin es immer noch nicht ganz einleuchtend, dass da Leute dran sterben. Aber gut, okay. Sehr lecker. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Reason-Why. Nee, ich habe aber letztens... Ich kenne einen älteren Herrn, der auch Japanisch lernt. Und der hat auch zu viel Mochi auf einmal gegessen. Und der hat es dann auch erst mal kurz im Hals stecken und musste ganz schnell was trinken. Weil so... Also so alt ist der jetzt auch noch nicht, ne? Also 50 oder so. Ich muss es im Hals stecken und musste schnell was trinken. Apfel, Chips. Kennt ihr das, wenn dir Chips zu schnell schlinken? Und dann ist auch ein großes Stück dabei. Und dann bort sich da so die Speiseröhre. Slice, slice. Und ihr denkt nur so... Ja. Bis es vorbei ist. Kenn ich. Ja. Und was macht man währenddessen? Möglichst normal aussehen. Ich habe gerade kein aufschlitzendes Stückchen in meinem Hals. Nein. Noch mal schlimm, wenn man sich so richtig verschluckt und dann so einen Husten... Hustenreiz bekommt. So einer, wo man am liebsten den ganzen Tisch vollpusten möchte. Und im Restaurant sitzt. Ja. Oder auf der Arbeit. Auch schön. Ja, okay. Also wir waren bei Mochi. Letzter Satz. Sind so viele Dinge, die wir nicht kennen. Ach, da. Morgen? Genau, morgen. Ess ich Honig? Nee. Isshoni heißt zusammen. Morgen. Zusammen. Trinken wir Sake. Sozusagen. Das ist eine Form von Sake. Nämlich, das sind zwei Wörter. Sake und Amai. Du heißt doch mal eine Katze. Und Amai bedeutet süß. Der Geschmack. Süß. Süßen Sake? Süßen Sake. Kaufen? Genau. Morgen kaufen wir süßen Sake? Morgen kaufen wir zusammen süßen Sake. Denn bei diesen Schreien, wo man so Glücksbringer kaufen kann, da gibt es dann auch meistens so Stände mit süßen Sake. So schön warm. Hoppala. Auch bestimmt lecker. Ich liebe warme Pflaumenwein. Oh, der ist lecker. Wo sind wir eigentlich? Ja. Aber wollen wir hier noch ein bisschen? Ein Gläschen. Okay. Okay. Aber nur warm. Oh ja. Okay. Alkohol ist böse, Leute. Heute ist ich mit Oma Mochi. Morgen kaufen wir... Die Dosis macht das Gift. Ja, das stimmt. Obwohl, man muss sagen, dass es ja immer zu einer Art Gift wird in deiner Leber und so. Ich mag es nicht. Total die Teilinformation gerade. Ja. Aber wir trinken doch, wenn haben wir auch nur so ein Schnapsglas oder zwei Schnapsglas. Ich musste gerade denken, wir hatten mal in Chemie diesen genauen Ablaufprozess, wo das Ganze dann langfließt und welche Stoffteile das zerfällt und wie das dann so unterteilt das zerfällt, die dann giftig sind und die dann deine Leber vernarben und so. Ich wollte das gerade rezitieren, das hat nicht funktioniert. Egal. So, morgen kaufen wir zusammen süßen Sarge. Genau. Du guckst irgendwie so schockiert. Was ist denn? Alles gut? Ich glaube nicht, dass Alkohol meine Leber vernarbt, wenn ich zwei Schnapslöffelchen davon trinke. Nö, Löffelchen. Glaube ich auch nicht unbedingt. Wäre krass. Dann würde keiner trinken. Ja. Das stimmt. Okay. Dann haben wir das. Oh, da kommt ja noch was. Weiter geht's nochmal mit Hanako. Warte. Nee, Tanaka. Soda wa ii ne deva yo yo toshiyo. Genau. Ii bedeutet gut, sozusagen, toll, sowas in die Richtung. Genau. Also, Soda wa ii. Das ist toll. Genau. Nee, sowas wie, nicht wahr. Oder das ist ja toll. Oder das ist schön, ne? Das ist so ein bisschen so. Ha. Stimmt. Süßer Wein. Oh, super. Sowas ist das so. Oh, jetzt hat er vielleicht selber Durst da drauf. Oder Hunger auf Mochi. Sowas in die Richtung ist das quasi. So, oh, schön. Ja. Das ist schön, ne? Ja. Hm. Das klingt ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, gibt's eine bessere deutsche Übersetzung? Das ist schön. Das klingt gut. Das klingt gut. Ja, danke. Du bist gut drin. Du bist schön. In Deutsch kann ich besser als du. Haha. Ja. Nimm, naja. Meistens. Meine gleiche im Bad. Das ist meine Drohung. Mhm. Du hast den ganzen Tag damit rum, ohne es zu wissen. Wolltausch. Zum Edding. Das ist sehr fies. Hätte ich bestimmt noch bis zum Neujahr. Gibt's noch eine Geschichte zu? Mhm. Gibt's eine zu? Willst du dir erzählen? Nein. Okay. Wann anders. Ein andermal gibt's die Badgeschichte. Jede Geschichte hat seine Zeit. So. Okay. Was bedeutet der zweite Teil des Ganzen? Der war Yo-Yo-Toshi-O. Yo-Yo-Toshi-O. Was heißt das? Oder so? Also. Sowas in die Richtung, ja. Ich wünsch dir einen guten Rutsch. Guten Rutsch. Oh. Oh. Rutsch. Autorzeichen. Einen guten Rutsch. Wolltest du dir jetzt irgendwie was korrigieren noch, oder was? Nee, jetzt nicht mehr. Na dann. So. Was sagt sie noch? Hi. Yo-Yo-Toshi-O. Ja. Dir auch einen guten Rutsch. Ja, genau. Ich hab das jetzt nicht drunter. So. In dem Sinne würde ich auch mal von uns aus sagen. Yo-Yo-Toshi-O. 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 Ah. Fehlt doch, dass du irgendwas in der Hand hältst. Hab ich doch. In deiner Hand. Ach nee, ein Stift. Was soll ich denn in der Hand halten? Ich weiß nicht. Kopf. Warum fehlt dann, dass ich irgendwas in der Hand halte? Das irritiert mich. Die Stimme klang irgendwie sowieso, als würdest du irgendwas bewerben, weißt du? Ach so. Yo-Yo-Toshi-O. Ich kann mich denn bewerben. Mit dieser Karte. Ha. Oh, ich hab hier was. Oh, oh, okay. Yo-Yo-Toshi-O. Nehmt euch in Acht. Genau. Okay. Matane. Matane, ja, genau. Matane, Ende. Ciao. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in den Kommentaren stellen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach bei uns im Live-Unterricht mitmachen. Jeden Montag um 20 Uhr live auf Twitch. Link dazu unten in der Beschreibung. Und damit wiedersehen. Ich darf nicht immer so flüssig reden. Das ist voll nervig beim Schneiden. So. Okay. Genau. Knack. Ne, knack. Knack. Ja, kein guter Sound hinter der Grund hier. Ja, kein guter Sound hinter der Ganze in留言. Ja, kein guter Sound hinter der Rao. Ja, kein guter Soundhaker. Ja, kein guter Sound natur. Ja, kein guter Sound. Untertitelung des ZDF, 2020